Der Chat ist sich einig, dass wir zusammen den Tom Ford Costa Azoda testen, was ein Duft ist, der absolut bei mir im Fokus steht. Also ich habe den schon mal in einer Abfüllung gehabt in dieser Private Blend Variante. Ich finde, dass sie hier wirklich was sehr, sehr Gutes gemacht haben und deshalb empfehle ich ihn auch immer in meinem Parfum Concierge. Danke für den Sub, Drolix, freut mich sehr. Genau, also ich empfehle den sehr gerne in meinem Parfum Concierge, weil es einfach ein richtig geiler, frischer Duft ist. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon mal die Präsentation auch habe, das ist der Duft, in den ich mich in deinem Parfum Concierge verliebt habe. Siehste, da haben wir auch direkt schon einen Kandidaten. Genau, ich empfehle den unfassbar gerne, weil ich finde, dass Tom Ford hier wirklich was Geiles gemacht hat. Denn wie gesagt, er war vorher halt in dieser Private Blend Variante, also zu den teuren Düften hat er gehört. Und sie haben jetzt ein bisschen die Formulierung verändert und haben ihn zu einer Signature Variante gemacht. Das heißt, er ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger geworden. Und wie man sehen kann, bekommt man auch erstmal einen richtig nicen Flakon. Das ist das erste Mal, dass ich die Präsentation jetzt hier sehe. Ich hatte vorher nur den Beaux de Jour tatsächlich in dieser Variante und den fand ich schon sehr nice. Aber ich muss sagen, diese goldenen Akzente kommen richtig, richtig gut hier. Genau, Kappe ist auch eigentlich ganz, ganz angenehm schön, ganz angenehm schwer. Ich finde es auch irgendwie ganz, ganz niedlich, so ein, was ist das, 30 Milliliter? 50. Okay, 50 Milliliter und 100 gibt es dann auch noch. Der ist dann ein bisschen größer, der 100er. Aber ich finde es eigentlich ganz niedlich, so einen kleinen Flakon. Sehr, sehr nice. Genau, also wir werden den jetzt einfach mal sprühen. Das ist auf jeden Fall ein frischer Duft. Also was für die Sommertage wohl eher oder fürs Büro, je nachdem wie ihr es nehmt. Genau, Sprühkopf auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr ordentlich. Was ich hier dran so nice finde, ist, dass es eben ein frischer Duft ist, der aber auch so eine gewisse bittere Note hat. Ich habe den aus der Private Blend, riecht der identisch zu dem neuen. Ich würde nicht sagen, dass er identisch riecht. Also er hat ein bisschen einen synthetischeren Touch, den man aber ehrlich gesagt nur wahrnimmt, wenn man den Private Blend und den im Vergleich riecht. Das ist genauso wie bei Bode Jour auch. Bei Bode Jour war es so, die Private Blend Variante hat noch ein bisschen natürlicher gerochen und noch ein bisschen hochwertiger, was ich auch gut finde, weil sie hat halt auch mehr gekostet. Und genauso ist es hier auch. Also wenn man die aber nicht kennt, also wenn man diese teurere Variante von früher nicht kennt, dann ist es fast identisch. Genau, deshalb muss ich sagen, auf jeden Fall sehr, sehr gute Geschichte. Ich werde ihn jetzt auch direkt mal hier auf Fragrantica suchen. Ich bin übrigens auf Fragrantica umgestiegen, einfach nur auf Sicherheit, weil ich nicht weiß, wie der ganze Spaß sich da entwickeln wird. Also nicht, dass da jetzt irgendwas passiert wäre, aber man ist ja lieber vorsichtig. Was ich da so in einigen Chatnachrichten gesehen habe von euch, sind die Leute auch allgemein da sehr, sehr vorsichtig und schließen scheinbar auch schon Wetten ab, wann ich jetzt von der anderen Plattform da gelöscht werde. Was ich nicht glaube, weil eigentlich bin ich da eigentlich immer ganz, ganz gut mit klargekommen, aber man weiß ja nie. Egal, auf jeden Fall, ich bin jetzt auf Fragrantica hier und werde mal suchen nach Costa Azora, dass ich euch auch nochmal die Duftnoten geben kann. Mann, der ist echt super, richtig nice. Genau, also was ich auf jeden Fall hier deutlich rieche, ist halt so eine leicht bittere Note. Die Herznote, genau, also Zitrone auf jeden Fall sehr, sehr doll am Start. Dass da Agarholz, also Oud und Kardamom drin sind, kann ich ehrlich gesagt nicht behaupten. Aber es ist so ein bisschen eine maritime, eine maritime Kopfnote, also so ein bisschen nach mehr, würde ich sagen. Dann eben im weiteren Verlauf Zitrone auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Lavendel rieche ich hier auch raus und dann halt so einen typischen Eichenmoos Drydown, also so ein bisschen in Richtung Fougère Barbershop. Auf jeden Fall sehr, sehr nice und vor allen Dingen für den Preis finde ich den super. Deshalb, wie gesagt, empfehle ich ihn immer. Welches Parfum trägst du gerade? Ich trage heute den Mancera Oud Exklusiv, heißt der, glaube ich. Ist ein sehr, sehr schöner Rose-Oud-Duft mit einem würzigen Anfang, der am Anfang so ein bisschen überfordert tatsächlich auch. Sehr, sehr würzig am Anfang und dann kommt die Rose langsam durch, was sehr schön ist. Den habe ich jetzt heute zum ersten Mal. Ich habe den blind drauf, weil ich nicht wusste, was mich erwartet und dachte so, komm, klingt ganz nice. Genau, dann habe ich mir den eben mal heute draufgesprüht. Aber wie gesagt, Costa Azora auf jeden Fall sehr cool, angenehm. Hat auch so ein bisschen was, so ein bisschen tatsächlich was von dem Mandarino di Amalfi, würde ich sagen. Aber nur ein ganz, ganz klein wenig. Also der Mandarino di Amalfi hatte so eine schöne cremige Mandarinenote für mich. Das ist das, was ich hier auch so ganz im Ansatz rausrieche. Aber der ist deutlich frischer und deshalb, genau, wenn ihr irgendwas fürs Office sucht oder wenn ihr noch einen neuen Sommerduft braucht und das nicht so übertrieben viel Geld kosten soll, dann würde ich euch den auf jeden Fall mal nahe legen.